Anna und Ben sind seine besten Freunde und ein absolutes Traumpaar. Doch eines Tages streiten sie sich ziemlich heftig. Ben rutschen in der Wut ein paar üble Worte heraus und Anna ist ziemlich verletzt. Um sich abzulenken, geht sie am selben Abend noch auf eine Party. Tim ist auch dort. Ein guter Freund von Anna, der sich schon seit längerer Zeit mehr erhofft. Anna vertraut sich ihm an. Die beiden unterhalten sich lange. Aus einem Bier werden viele. Später tanzen die beiden miteinander und dann küsst Tim Anna. Am nächsten Tag vertragen sich Anna und Ben wieder. Obwohl sie ein schlechtes Gewissen hat, verschweigt Anna den Kuss. Sie sagt zu dir, es hatte für mich doch gar nichts zu bedeuten und ich will Ben nicht unnötig verletzen. Später spricht ich Ben an. Anna war total ausweichend, als ich sie auf die Party angesprochen habe und fragte ich, Du würdest mir doch sagen, wenn du etwas wüsstest?